10 Fakten über den Neptun-Mond Triton Nummer 10 Triton wurde am 10. Oktober 1846 von William Laisel entdeckt, 17 Tage nach der Entdeckung von Neptun. Nummer 9 Triton ist 354.759 Kilometer von Neptun entfernt. Von Entfernung her ist Triton der achte Mond von Neptun. Nummer 8 Er hat einen Durchmesser von 2700 Kilometern. Damit ist er der größte Mond von Neptun. Nummer 7 5 Tage, 21 Stunden, 2 Minuten und 40 Sekunden. So lange braucht Triton, um Neptun einmal zu umkreisen. Nummer 6 Triton dreht sich genauso schnell, wie er einmal um Neptun braucht. Für eine Rotation braucht Triton also 5 Tage, 21 Stunden, 2 Minuten und 40 Sekunden. Nummer 5 Das Gewicht von Triton beträgt 21,4 Trillionen Tonnen. Das ist eine 21 mit 18 Nullen. Nummer 4 Die Anziehungskraft von Triton beträgt 0,779 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Das heißt, ein 60 Kilogramm schwerer Mensch würde auf Triton 4,674 Kilogramm wiegen. Wenn du wissen willst, wie schwer du auf Triton wärst, rechne dein Gewicht mal 0,0779. Nummer 3 Trotz der geringen Gravitation besitzt Triton eine Atmosphäre. Diese besteht aus 99% Stickstoff, 1% Methan und geringen Spuren von Kohlenmonoxid. Nummer 2 Vermutlich besitzt Triton ein Kern aus silikatischem Gestein und einer Kruste aus Wassereis. Forschungsergebnisse aus dem Jahre 2012 weisen außerdem darauf hin, dass es einen dünnen, ammoniakreichen Ozean unter der Oberfläche geben könnte. Durch den Zerfall von radioaktiven Stoffen im Inneren von Triton bleibt der Ozean bei minus 90 Grad flüssig. Und die Nummer 1 Triton umläuft Neptun entgegen der Rotationsrichtung von Neptun. Dies ist für einen Mond der Größe und der Entfernung zum Planeten höchst ungewöhnlich und im Sonnensystem einzigartig. Oben könnt ihr mich abonnieren, weitere Monde findet ihr hier links und wer sich für Sternenbilder interessiert, der ist auf der Playlist hier rechts richtig.